Hallöchen Leute und herzlich willkommen! Ich werde heute einfach mal die Amiibo-Action machen. Speichern und los! Ich dachte mir, ich schiebe mal ein Part rein und erledige das. Einfach weil das Ende dann das Ende sein wird und nicht das hier. Ich finde, dass das hier sozusagen der letzte Part wird. Durch deine neue Kraft hat sich ein neuer Part geöffnet. Genau. Und es ist ja hier... Aua. Ja, okay. So. Es ist natürlich blöd, dass wir jetzt schon Schaden genommen haben. Naja. Okay. Also, heute machen wir diese coolen Ebenen hier. Ich weiß nicht, was uns erwartet. Doch, ich weiß. Ich habe mich leider spoilern lassen, tatsächlich. Aber, naja, das ist nicht schlimm. Hey, da oben waren cool. Und das war doof. Wow. Ich bin so unvorsichtig. Das ist interessant, dass hier auch oben so Krüge sein können. Aber ich sollte trotzdem vorsichtiger spielen, nicht wahr? Ich glaube, es gibt insgesamt 40 Ebenen. Und wir haben ja jetzt gerade mal 20 insgesamt geschafft. Na, so noch so. Und zack. Link ist tatsächlich, also als, als Dings, als Mensch, stärker als, als, als Wolf. Aber, und vor allem hält er sich damit auf, hier erstmal rumzuknabbern an den Gegnern. Das geht ja mal gar nicht. Aber, naja. So schlimm ist es ja auch nicht. Oh. Ein Zehner. Na gut. Das nehme ich einfach mal. Ich versuche mal so, so schnell wie möglich durchzukommen. Einfach, weil ich das gerne schnell beendet haben möchte, ehrlich gesagt. Weil sowas ist immer langwidrig und dann ist es doch schön, wenn man sich beeilt. Okay, ich werde hier wahrscheinlich nicht ohne Schaden durchkommen, was sowieso klar ist, weil ich schon Schaden genommen habe. Das waren doch nicht schon 10 Ebenen, oder? Oder zählt er doch aufwärts? Ich weiß nicht, ob man... Ich glaube, das war... Ach, egal. Ich weiß es nicht. Ich werde es sehen. Ich stelle mich auf 50 Ebenen ein und wenn nicht... Äh, 50, auf 40, wenn es nicht sind. Hm, das ist eben so. Hm, das sollte ich öfter benutzen. Das einzige Problem ist, dass er dann so lange auflädt. Das ist natürlich blöd, aber... So. Ich bin ungeduldig. Ja, ja. Ich bin ungeduldig. Ich freue mich, wie lange das dauern wird. Aber ich bin gespannt, was am Ende so passiert. Oder ob hier irgendwie noch was Besonderes ist. Außer das, was ich mich schon gespochert habe. Aus Versehen. Es kommt davon, wenn man ein Lösungsbuch hat. Ich wollte eigentlich nur gucken, glaube ich, wie viele Ebenen es gibt. Und wann die freigeschalten werden. Und wann man zuletzt hin kommen kann. Okay. Oh. Okay, ich habe die ganze Zeit nur anvisiert und A gespammt. Das ist auch interessant, dass man so diese Gegner besiegen kann. Ja, ich wusste es. Haha. Hm, Herz. Zählt eigentlich, wie viel man Schaden insgesamt genommen hat? Oder wie viele Herzen man am Ende noch hat? Oh nein, die sind nervig. Ja, das dachte ich mir schon. Oh. Das macht eindeutig mehr Schaden als das, was ich beim letzten Mal hier abgezogen habe. Okay. Oh, es wird hell. Stimmt, hier gibt es ja diese... Mein Hals kratzt ein bisschen. Ich wundere nicht, ich huste irgendwie. Aber ich wusste, dass sie da sind, aber ich wusste nicht, wann sie runterfallen. Deswegen wollte ich schnell durchrennen, aber das klappt nicht. Ja, so. Oh nein. Moment. Hier kann man dann vielleicht wieder... Oh ja. Cool. Beim letzten Mal habe ich nämlich gar nicht darüber nachgedacht, dass diese Attacke überhaupt existiert. Und das ist dann durchaus praktisch. Ja, ist gut. Die brauchen ja jeweils zwei... ...Anspring-Attacken. Ah, Attacken. Scheiße. Komm, der eine ist weg. Aua. Die sind echt fies. Einfach fies. Oh. Und so. Ach. Danke. Sehr gnädig. Okay. Oh. Die haben... ...zwei Schläge? Nein. Drei. Okay, dann bist du jetzt tot. Und du nicht. Nein, jetzt schon. Hahaha. Oh, man kann hier in der Erde graben, also im Stein graben, das ist merkwürdig. Ach, Schleimis. Stimmt, hier können wir auch erstmal Zeit vergeuden. Naja, was heißt vergeuden? Wieso kannst du das nicht essen, was da auf dem Boden liegt? Leck's einfach auf. Weil sonst hebst du's ja auch in dein Glas. Das ist ja genau das gleiche eigentlich. Also warum kannst du's als Wölf nicht auflecken? Oh, da fehlt noch was. Ah, nee. Das denke ich wohl jedes Mal bei denen. Einfach nur, weil... Ähm. Kann man das Gras kaputt machen als Wölf? Da, klar, okay. So. Okay, hier war nichts mehr. Okay. Ich gucke auch mal wieder an die Seiten am besten. Weil da waren beim letzten... Bei dem einen Krügel. Einfach Krügel. Na, kommt. Ich sammle euch erstmal auf. So, sammel, sammel. Kommt. Beim letzten... War das? War hier irgendwas? Beim letzten Mal vergraben? Ich meine schon, aber naja. Gut. So. Ach ja. Hier kann man das, glaube ich, auch ganz gut machen. Vielleicht erstmal alle zum Leben erwecken. Das wäre auch eine coole Taktik. Erstmal alle zum Leben erwecken und dann sterben. Hahaha. Nein. Und dann... Weißt du... Wie das aussah. Aber es geht auf jeden Fall schneller, als die alle einzeln anzugreifen. Das ist schon klar. Ein Orangener. Yeah. Du bist alleine übrig geblieben. Dann geht's weiter und das war vielleicht nicht gut, aber doch. Die sind ja, glaube ich, mit zwei solchen Schlägen quasi erledigt. Genau. Der kann gar nichts machen. Rein gar nichts. So. Kommt her. Gut, die zählen nicht als würdiger Gegner. Nee, die sind verschwunden, glaube ich. Komplett. Hm. Okay, was gibt's denn hier Schönes? Hm, 50er. Hab ich das grad richtig gesehen? Ähm... Ich hab also nicht richtig hingeguckt, aber es ist nicht so, dass die Kisten auch immer von Link geöffnet werden. Also er verwandt sich immer zurück, um sie zu öffnen. Ah, jetzt sind wir wohl in einem neuen Gebiet. Mit Wolfsköpfen als Deko. Interessant. Ähm, okay. Dann... Wie das aussah, was... Was ist das? Oha. Ich war grad so irritiert, was dieses Grüne ist. So im Augenwinkel, dass ich gar nicht gecheckt hab, was hier los ist. Ja, die sind ja dann voll einfach... Ah ne, okay, der kann abwehren. Oh, ne, macht mir Schaden? Ich weiß es nicht. Na. Nein, ich will doch... Ja. Da kommt der aus der Mitte. Da ist ja auch noch einer. Nee. Ach, hier ist so ne Pflanze. Okay, so kann man die auch besiegen. Ich hab irgendwie nicht gedacht, dass man die... durch Schaden besiegen kann, sondern nur... durch Abtrennen des Kopfes und dann töten. Ja, es ist fies, blöde Ratten. Nein! Ach. Okay. Nein, 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 nein. Ja, nein. Boah. Okay. Ja, komm, Ratte, 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 Ratte. Und du noch. Super. Yeah. Ich lobe mich selbst. Ich bin super. Okay, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, ins Verderben. Oh Gott, das wird... Oh, du schaffst es... Ja. Oh. Oh, in dem Fünfer möchte ich aber gerne haben. Äh, so. Äh, das war der letzte. Okay. Ich hab mal wieder Herzen verloren. Da sind diese Pflanzen, ehrlich gesagt, sogar ziemlich nervig als Gegner. Oh, da sind vier. Oh, das ist in Ordnung. Das ist, glaube ich, nicht so in Ordnung. Aber ich möchte das Geld haben, was da rummügt. Okay, und jetzt bist du erledigt. So, okay, nun die Pflanzen. Geld und Pflanzen. Da noch du. Okay, wenn man sich ein bisschen Zeit lässt, oder inne hält, so zwischendurch. Was ist das? Wolfstür, yeah. Für die Wolfsprüfung natürlich. Oh. Oh. Die überhäufen einen mit... ...mit Gegnern, wie ich sah. So, du bist tot. Nicht? Ich dachte, ich hab dich schon zweimal getroffen. Oh, ich will hier nicht weg! Ach, das ist ein... Ich dachte, ich bin so dumm. Ich bin blind, quasi. Ich glaube, ich bin zweimal gesprungen. Es ist eigentlich möglich, als Wolf, diese Nimbusgarden zu besiegen. Okay, ich hab eine Herzerei verloren. Na komm, du Fledermaus. Okay, das war's. Oh, gut, hier sind Sachen. Vielleicht sind hier sogar... ...Geld, Geld, Geld. Aha, der ist runtergefallen. Vielleicht sind hier sogar... ...Herzen. Nein, Geld. Das ist auch okay. Die Tür geht nicht auf. Was habe ich übersehen? Alles klar. Weil die Musik aufgehört hat, dachte ich irgendwie... ...das wäre komplett erledigt hier. Aber offenbar nicht. Hm. Immer noch. Ach da. Nee. Oh. War aber richtig. Sind hier noch welche? Nein. Jetzt war's das aber wirklich. Okay. Aua, ich hab doch losgelassen. Oh nein. Nein. Ich hab das Gefühl, es wird immer schlimmer. Ach, das ist noch einer dran. Verdammt. Okay, nee. Das geht so nicht. Juhu, ein Frei. Na komm. Fuck. Was passiert eigentlich, wenn ich dich so anwiese... Oh. Kann ich die One-hitten damit? Echt? Wow. Nee, offenbar nicht. Puh. Das war knapp. So. Du bist jetzt zuerst dran, weil ich dich schon angegriffen hab. Hä? Habe ich dich nicht angegriffen? Ist der noch schon tot? Egal. Ach du. Los, 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 los. Ach, der war das. Vielleicht. Naja. Egal. Oh. Ah. Ein Herzchen. Welche sich nicht aufsammelt. Spaß. Oh mein Gott, wenn wir mit Eisgegnern anfangen, werde ich sterben. Ah! Hier ist alles voller Eis und selbst die Gegner schlittern. Ich werde dich töten. Ich werde dich töten. Ach, verdammt. Das ist zu schnell. Na los. Na los. Na los. Na los. Na. Stimmt nötig nicht. Hallo. So. Endlich. So. Schlitter, Schlitter, Schlitter. Okay. Hier ist was zum Graben. Okay. Mein Gott. Los, trifft das. Okay. Okay. Ach ja. Schlagartig freue ich mich voll über das, also auf das neue Zelda. Denn das bedeutet, ganz neue Sachen erkunden und so. Oh Gott, das wird ein Blind Let's Play. Oh mein Gott. Jetzt müssen sie übertreiben mit dem Scheißchen, ne? Nein. Verkündig fach. Also vermischt euch nicht. Das geht doch nicht. So. Da ist noch ne Ratte. Da ist noch ne Ratte. Und da ist noch ne Ratte. Und da ist noch ne Schlag. Ich renne hier direkt mal im Kreis rum und gucke, ob noch irgendwas runterfällt. Aber ich glaube nicht. Okay. Dann zeig mal. Oh Gott. Okay, da sind nur Eisblöcke. Eisboden. Ach du Scheiße. Und Eissperrwerfer. Ich hasse die. Ich hasse die. Deswegen erniedige ich den zuerst. Aua. Eisgegner sind die Schlimmsten. Eisgegner sind die Schlimmsten. Das geht nicht. Also kann ich nicht an den Rand springen und hier dann ein. Ich greife den noch an. Na gut, das ist wahrscheinlich so gedacht. Normalerweise greift man den wohl mit... Alter. Mit Schwert an. Äh. Äh. Ah. Schuck. Mist. Irgendwie bin ich noch eingefroren. Oh mein Gott. Bitte sei hier was zum Graben. 100 Herzen auf einmal. Vor allem Eis bitte graben. Nicht? Okay. Oh hier sieht's wärmer aus. Das ist schön. Okay, hier sind wieder die. Ich kann ja mal gucken, ob... Scheint auch das Einzige. Das glaube ich nicht. Ist ja witzig. Ist ja witzig. Ist einfach so im Tor aufgegangen. Mit 100.000 Ratten und es gab... Oh Gott. Ich sterbe bald. Ich sterbe bald. Hier müssten Herzen drin sein. Oh. Also hier sollten Herzen drin sein. Das wär schön. Oh Gott. Wieso sind drei auf einmal losgegangen? Aber nicht. Nein. Die drehen sich doch viel zu schnell um. Ah scheiße. Ich muss Dara auf... Ausreuchen. Ah. Nein. Ich hasse es. Ich hasse mein Leben. Oh nein. Game over. Alles wieder von vorne machen. Nein. Anfragen. Das ist wichtig. Jede ist einfach nicht gut. Ich habe... Ja. Keine, Alter. Tja. Tja. Okay, fangen wir nochmal von vorne an. Das wird bestimmt super, es erinnert mich irgendwie an ein gewisses Toad-Spiel. Naja, vielleicht sollte ich einfach nicht... nicht einfach... einfach runterspringen, ohne zu gucken, was da überhaupt ist. Aber das mit den Türen ist echt witzig gewesen. Okay. 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 So, das sind ja keine 10 Ebenen... Achso, übrigens... Äh, ja. Haha, wundert euch nicht, dass ich so viel Leben hab. Das fällt mir echt spät ein. Nein, ich hab ja den Sachverhalt erklärt, also von daher. Ja, ja. Das Licht geht hier sogar an. Ist ja nett. Geht das überhaupt? Au! Ja, aber die können mich erwischen, ne? Blüten, Viecher. Hm. Hm. Ah, tut mir leid, dass ich so leise bin, aber, ja. So, wo waren noch welche? Das Schlimmste ist, glaube ich, dass man nicht weiß, bis wann man machen muss, bis wann, wie weit geht das, wo bin ich gerade, wann bin ich fertig? Das ist das Schlimmste. Also klar, jetzt wissen wir erst mal, geht's weiter, aber ist trotzdem schlimm. Aber Eisgegner könnten auf ein Ende hindeuten, ja. Ein Schlangenlinie, ey, hat er mich abgeschossen? Immer da, wo ich ein Herz verliere, kommt auch ein Herz wieder nach, voll nett. So, wieder Eidechsen, okay. Okay. So, schön. Sehr schön. Alles prima. Was war das? Die kleinen, ah ne, Schleimis. Ach man. Ich hab nicht mal Lust, das Geld einzusammeln. So enttäuscht bin ich, dass ich verloren hab. Der blaue sieht so interessant aus, ich würde das gerne mal trinken. Ach man. Jetzt würde ich sowieso nur noch drei, aber die übrig sind, kann ich die ja auch mal zerstören. okay. Oh. Mist. 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 Nice. Okay. Das ist fies, dass die einfach aufgetaucht sind, ohne dass ich was gesehen habe. Oh, das bringt doch was. Ah, die verschwinden, wenn die Tür aufgeht, okay. Okay. Ich war mal einfach aus Jux in das Lösungsbuch. Apropos, ich habe ja noch die Amiibo-Figur, ich kann schummeln, mich heilen und so. Das sollte ich auch nutzen. So, mal schauen. Das ist das Letzte, was man tun kann. Hier. Oh mein, Alter. Ich glaube, wir sind vorhin einfach nur bis... ... bis... ... 31 oder so gekommen. Es gibt 38, so wie ich das sehe. Na gut. Probieren wir es. Machen wir mal weiter. Jui. Ah, ich bin so im Honk. Ach, ich bin so im Honk. So. Und noch du. Okay, also wenn wir jetzt... Also wenn wir ein Amiibo holen... Ich glaube, wenn man im normalen Spielverlauf Ganondorf die Amiibo-Figur nimmt... ... und sie einsetzt, dann kriegt man doppelten Schaden oder so. Das ist witzig, aber... ... wenn ich das richtig verstanden habe. Aber... ... hier Sheik oder Zelda sollten uns eigentlich einmal pro Tag hier... ... also nur in... ... oder in den Caves hier... ... heilen. Also... ... können wir das vielleicht benutzen, wenn wir... ... wieder knapp bei Leben sind. Knapp bei Kassel leben. Hm. So. Oh. Uah! So einzeln sind die natürlich nicht schwer. Aber wenn dann plötzlich so Klappen aufgehen und dann kleine Viecher rauskommen... ... und davon sowieso vier irgendwie. Aua. So. Ach, der zieht auch ein Herz ab, ey. Scheiße. Da habe ich gerade voll viel verloren. Ja, wir waren auf Ebene 29. Bis 29 sind wir gekommen. Ähm. Okay. Süssens. Okay. Okay. Nee. entra feeling, gut. Das war mal. Das war mal konnte. Aber... Für dich Brian. Okay, komm, du bist jetzt dran. Wie das immer übertrieben knapp ist, einfach so richtig gut getimt, dass man es gerade so schafft auszuweichen. Ich bin nicht gut im Hunden-Wolf-Kämpfen, ich bin, das ist einfach nervig. Ich bin Gott nicht mehr auszuweichen. So, zack, 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 natürlich wurde ich getroffen. Zack, stirb und oh. Mann. Ich gebe mir hier ein Herz. Oh, die Magma, oder die Lava-Ströme haben aufgehört. Und eine Fledermost trifft mich, ist klar. Ach, Mann. Oh. Hier sind wieder diese Geisterviecher. Aha. Hab ich nicht bemerkt. So, okay. Wow. Hm. Mist, 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 Mist. Ja. Mann, ich kann doch nichts sehen, wenn die Kamer- Mann, ey. Nein. Du nervst, Alter. So viel Leben verloren, nur wegen solchen Viechern, äh, wegen solchen Idioten. Ja, aber klar, dass das eh nicht klopft mit dem Aufladen, dann fresse ich dich halt so. So, Eisgegner, dann sind wir, ich weiß nicht, wo wir sind, ist mir auch egal, so, ah doch, das, ah, okay. Diese Wölfe sind nervig, nervig, oh. Und dann geht erst die Fledermaus und dann der neufige Wolf. Ah, so. Hier war was zum Graben, aber ich glaube kein Herz. Okay, na gut. Also wir sind jetzt... 26, 26, okay. Wieder Schleimis. Plus Ratten, ja. So, das war dann noch ihr. Und du da, du Schleimis. Huch. Was passiert hier? So, das war's. Verschwindet, los, verschwindet. Okay. So, wieder Eis. Das hab ich ja sogar noch geschafft. Shit, hier war so ein Typ. Ich will nicht das anvisieren. Ich will den gefährlichsten anvisieren. Den scheiß Sperrtypen. Ja, stopp, stopp, stopp. Ah. So, okay. Mehr will ich gar nicht. Mehr will ich erst mal gar nicht. Oh. Ach, Mann. Das ist so scheiße. So unbrechenbar, diese Kackeisfläche. Kannst du sie wirklich jeden, sozusagen einzeln, erst mal angreifen? Ah. Ah. Na kommt, ihr Fledermäuse. Ihr seid auch nervig. Ich würd grad springen. Oh, oh. Äh. Ein Moment. Ich hol mal ne Amiibo-Figur. Ich hoffe, das ist wirklich hier. Oh. Was ganz cool wäre, wenn, wenn, wäre, wenn ihr zweimal heilen könnt. Oh mein Gott. So. Wie funktioniert das? Oh mein Gott, wir haben volles Leben. Trotzdem bleib ich jetzt vorsichtig, einigermaßen. Weil, ist es immer noch gefährlich. Scheiß Eis. Ich hasse Eis. Nein, okay. Zum Essen ist es lecker. Ah. Mann. Aber gut, es hat zumindest geklappt. Das erleichtert einiges. Und ich bin froh drüber. Und jetzt kommt wieder diese Scheiße. Aber diesmal weiß ich ja Bescheid. Diesmal kann ich ja erst mal einen loslassen. Und zwar den hier, hallo. Okay. Auch wenn das jetzt dauert. Hauptsache ich kriege ihn erledigt. Wie konnte er mich treffen? Mensch. So, jetzt du. Komm her. Komm her. Ach, Moment. Erstmal euch. Okay. So. Dann komm du zum Leben. Los, du schaffst es. Los. Du schaffst es, mich zu erreichen. Okay. Okay. Das ist komisch. Eben, also vorhin war es so, dass sie sich geöffnet haben, während ich gekämpft habe noch. Und jetzt öffnen sie sich erst, wenn ich sie besiegt habe. Aber vielleicht ist da ja was irgendwie. Also, es ist egal. Na komm. Aber natürlich wurde ich getroffen. Natürlich. Hallo, Ratten. Kommt her, Ratten. Jetzt kann ich eigentlich relativ frei kämpfen, weil der ist zwar alleine, aber es ist nicht mehr so schnell. Es gab gerade gar keinen Sinn, was ich gesagt habe. Er ist alleine deshalb. Es ist nicht so schlimm. Aber. Ach, Mann. So. Irgendwo war einer vergraben, ja, hier. Ein Zwanziger, toll. Ich hätte gerne ein Herz. Na ja, wenn die mich mit Geld zuschmeißen wollen, ist mir das auch recht. Halbwegs. So. Eidechsen in großer Rüstung. Und diese nervigen. Ach, komm. Okay, ein paar konnte ich töten. Haha. Gut, der ist auch tot. Das ist gut. Hallo? Ach, den habe ich auch erwischt. Jetzt muss ich mir irgendwie noch merken, dass man das bei denen nicht sieht. Oh, ein Herz. Bei solchen starken Gegnern wie bei diesen... Oh, nein. Wie viele? Zwei? Drei? Vielleicht? Hm? Hm. Nein, ich möchte den, 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 den. Sperrwerfer. Die sind so schlimm wie... Dings. Wie? Oh, der hat mich gleich gesehen. Die Bogenschütze. Noch schlimmer, weil sie viel stärker sind. Also mehr aushalten und so weiter. So. Okay. Hier sind wenigstens keine ähslichen Eiswände. Okay. Okay. Huh. Okay. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Sterbt alle. Sterbt, ihr Schleimer. Okay. So, wo sind wir? Hm. 32. Dann noch 33, 35. Ja, 34. Sind nicht alle aufgelistet, oder was? Hm. Ach, hier sind die dicken. Hm. Okay, mit zwei Schlägen sind die kaputt. Kannst du mal... Tschüss. Kannst du mal Tschüss sagen? So, der ist noch da. Und ich renne einfach in den rein. So, noch einer. Da. Hups. Okay. Was ist denn das? Ah! Nee. Hm. 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 Tschüss, Idiot. Aber die bekämpft, also die haben wir selten bekämpft. Nein, du machst das ganz bestimmt nicht. Interessante Sache. Ähm, ja. Oh. Das sieht gut aus. Ihr habt die Gegner ja noch gar nicht gesehen. Ist aber nicht schlimm. Habe ich das richtig gesehen? Er hat sich einfach quasi in den Schuss rein. Oder. Einer tot. Ach da. Stirbt doch, Mann. Na, wo bist du jetzt? Da. Danke. So, ich glaube, sonst lebt hier gar nichts mehr. Ne. Dann zeig doch mal, wo sind wir? Hier war es. 36. So sind wir jetzt 37. Das kann doch wohl nicht so einfach sein. Bogenschützen? Weiß ich nicht. Ja, doch. Oh. Oh. Zo. Oh. Ich hab echt Angst. Danke für das nette Herz. So, zack. Was war es? 37, jetzt 38? Okay. Da sind Schalter. Das ging schon mal nicht so gut. Huch! Wie ist das denn passiert? Ähm, da wartet etwas auf mich, würde ich sagen. Muss ich da runter? Ich denke mal schon. Ja. 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 Das ist eine witzige Arena übrigens. Ach verdammt. Ich hoffe ich kann mich zweimal heilen. Aber ich denke mal eigentlich schon. Mit der Amiibo-Figur meine ich. Hm, ich bleib mich in der Mitte nicht, dass mich das irgendwie runter wirft, außer sie. Also direkt runter wirft. Oh! Spinnis! Hallo Spinnis! Ich kann doch nicht durch... Ah! Interessant. Hallo. Okay, Zuhu. Drin, Zuhu! Auch noch ein Abmeister. So, so. Okay, Zuhu. Oh, okay... This hat nichts, Zuhu. Okay, Zuhu. Oh Gott. Wieso sind es zwei? Wieso? Wieso? Okay, einer tot. Mist. Okay, mal schauen, ob es funktioniert. Ach ne, falscher Knopf. Ja! Oh mein Gott. Ich bin ein Glückspilz, ich bin ein Glückspilz. Ich bin wieder voll. Jetzt habe ich keine Angst mehr. Na komm, schlag zu. Schlag zu. Schlag zu, du willst es doch auch. Du willst es doch auch. Na los. Na los. Na los. Ach komm schon. Ach man. Schlag zu. Lächeln. Danke. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Dankeschön. Okay. Nächstes Tor. Das geht ja tatsächlich noch. Ah, es geht ja wieder hoch, wenn ich das gedrückt habe. Okay. Und der bleibt, der ist, der ist schon gedrückt, ne? Ja. Ah ja, hier noch nicht. Oh. 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 Nein. Er visiert immer Sachen an, die ich gar nicht anvisieren möchte. So, jetzt aber. Nein. Ich wollte den anderen, immer wenn ich den anderen eingreifen möchte, treffe ich den. So, jetzt sind wir allein. Mal wieder. Mal doch nicht. Oh. Ich will nur die Fledermost treffen, Mann. Jetzt. So. Na? Na, was sagst du? Was sagst du? Na? Hm? 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 Was machst du? Hm? Was sagst du? Hm? Ich reiß dir dein Herz raus mit meinen Fangzähnen. Danke. So. Ich hoffe, es kommt nicht mehr viel. Ich gucke mal. Ähm... Vielleicht war es das schon. Ja. Vielleicht. Erstmal gucken, ob es hier noch was gibt. Ich bin fertig. Du hast es weit gebracht in den Prüfungen. Um deinen Mut zu würdigen, werde ich dir meinen Segen mit auf den Weg geben. Ja, die super bodenlose Geldbörse. Sie fasst bis 9? 1199. Da muss da Boden drin sein. Ja. Viele Menschen auf der Welt bedürfen deiner Hilfe. Kehre also zurück. Oh, wow. Oh, wow. Oh, oh mein Gott. Wieso kann ich nicht riechen, wie du aussiehst? Oh, wow. Was ist hier drin? Oh, 200 Drobine. Ja, das brauche ich jetzt unbedingt. Hm. Ach so. Ist das nicht krass? Man kann hier quasi die Perspektiven wählen, wa? Würde ich jetzt mal behaupten. Entweder so ein bisschen seitlich, entweder von vorne oder um drauf. Haha. Das ist ja cool. Okay. Aber ich möchte auch wissen, was passiert, wenn ich... Wo ich dann zurückgeportet werde, wenn ich zurück bin. So. Ja. Okay. Neuer Rekord. 40 Minuten. 45 Schaden. Okay. Ja, speichern wir das doch. Okay. Gut. Ja. Ein kleiner Spoiler vorab, ne? Allerdings habe ich das Spiel schon durchgespielt. Und ja. Ihr werdet dann sehen, wieso ich so ewig aussehe. Haha. Naja, ihr seht ja selbst die ganzen... Also die 50 Stempel und meine Herzen. Ich habe alles vollständig und so weiter. Blah. Egal. Wir sehen uns im nächsten Part. Danke fürs Zusehen. Und ja. Das war auf jeden Fall eine lange Geschichte. Und ich bin froh, dass sie durch ist. Tschüss.